Hallo Willkommen bei GameHits VR, heute mit Powerbeats VR, es kommt am 13. Oktober raus, viel Spaß! Auf Wiedersehen! Ja, dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Oh mein Gott, das schaut gut aus. Nice! Great! Great! My wish upon the shooting started, you made me lighter. And now you hit my heart with the speed of light. Perfect! Awesome! It's random! Hear the rhythm of our heartbeat, echoing eternity. Nice! And now you hit my heart with the speed of light. Great! Perfect! And now you hit my heart with the speed of light. New high score. And now you hit the speed of light. Nice, feet! So weielt snap no more AJ, let's jump it in. Take me with you We start to infinity We're going at the speed Ow Let's take a look at the new world I think we can change this now Get ready Ah, this has a Vakuum, are you crazy? I think we can change this now E-Merging. Nice. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann machen wir die letzte Musik. Und dann machen wir die letzte Musik. Nice Great Nice Nice Great Perfect Nice Nice Great Nice Great Nice 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 So, dann sag ich mir, das war's mit diesem Power Beats VR VR. Sehr schönes Spiel, empfehlenswert. Ja, was Beats selber am Tag sagen kann man hat. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao!